Einen schönen guten Abend zusammen, zum 27. Mal und wir haben heute einen Special Guest dabei, die unvergleichliche, einzigartige, wunderbare Queen of Six Strings, Kelsey Klemme. Wir spielen heute ein Lied, wir haben uns ein Lied ausgedacht für euch und nächsten Freitag gibt es kein Livestreaming, weil wir Karfreitag haben. Das heißt, es geht am 9. April weiter. Und dann starten wir jetzt, Kelsey, ja? Starten wir? So we got together to jam a little along. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Das war's, das war's, das war's. Das war's, das war's. Das war's, das war's. 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 Das war's.